Jetzt verzütze ich mal. Guten Tag. Wir sind am ersten Tag unserer Mission. Schaut aus, das Scheißding. Schaut aus, das Scheißding. Du Finde! Immer wenn ich mit dem Finger in den Spätschen bin ich Finde. So, jetzt geh ich wieder her, das Dreidach. Nein! Wurschen, wie geht es Ihnen in Linz? Sehr gut, Timecode kommt da raus. Nur Theater mit den zwei Mandeln, nur Theater. Zack, da Timecode, blinkt es. Blink blink, blink blink, blink blink. Passt. Jetzt gehen wir. Zeig mal was. Wo? Fürs Making of, erzähl mir was. Ich hab nichts zu sagen. Heute ist so ein schöner Tag. Nein, 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 nein. Ich bin Dandy-Boer und ihr seid in Dresden. Das ist Marks Tourneekäfig. Wir drehen einen Film über den Fotos, die mich entscheiden. War die bereit? Bereit. Gregor bereit? Bereit. Kamera bereit. Und Actions. Sieben Stunden zu mir wehren. Sieben Stunden noch viel wehren. Denn du bist der Wahnsinn, der mich aus der Wahnsinn. Das tust du. Making of film and what else? Marito, du da mal das Stativ halten. Liebevoll. Ich geh mich jetzt auf die erste Position klar machen. Go, 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 go. Ja, wir schaffen das. Jetzt geht die Kamera. Mal, ihr ja! Das ist ein Cover-Foto. Er und seine Kamera. Der andere ist ein Ständer. Und sie, Geräte. Gehen und hinten. Schau da rein. Traum. Das ist genau das Foto. Rekor, du darfst einfach so nicht schunkeln. Die Hände sehen. Wir wollen die Hände sehen. Wir wollen die Hände sehen. Wir wollen die Hände sehen. Hey Lady Lady, unbekannt. Bitte gib mir deine Hand. Du mal noch? Ich kann das spüren. Ich kann das anführen. Was ist denn? Wahnsinn. Wo sind wir? Im schönen Eisenstadt. Bitte meine auch. Grüß Gott. Tschüss. Tschüss, Senior. Außer sie sind die Leute nie quasi bei meiner Arbeit als Frau in Barangen machen und dir das Schreiben zu halten. Alles. Büro. Wenn du kein Problem damit hast, schau dich nicht über die Stücke. Das machen wir auch. Oh, top. Möchtest du da jetzt eher die Volksstunde hier in den Titel drauf? Ja, da reißst du die Volksstunde. Alle sind gut raus. Man muss zwischendurch einmal Pause machen, um einfach danach sich wieder mehr motivieren zu können. Unsere 14. Starke Freizeit. Liebe Freunde, herzlich willkommen. Wo sind wir heute? Italiani brava gente. Wir haben nämlich ein tolles Filmteam dabei. Ja, das mobile Filmteam aus Wien. Hallo und Servus. Hallo, Servus. Hallo, Servus. Hallo, Servus! Die Säße von Neue in München, alle Männer schau mal sie an der Leber! Sag zu mir! Ja, Ballier! Was? 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 Scheris mit Scheris? Was? 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 Ich war wie ein Casanova, was ich will, ich zu allein bin! Marie! Jazz Head! Wo sind wir gerade? Wir sind in Marokko! Wie waren bis jetzt deine Erfahrungen mit diesem professionellen Team? Großartig! Was schätzt du am meisten? Die Spontanität! Liebe Freunde, nochmal ein rechtshaftes Dankeschön und ich wünsche euch eine ganz gute Heimreise für Sie! Marc Köcher! Servus! Ja! Geht's euch gut? Ja! Wir haben heute Fernsehen geschaut! Ja! Habt ihr mich gesehen? Ticke Tacke! Ticke Tacke! Hoi hoi hoi! Das geht aber lauter, oder? Was ist denn da heute los? Ticke 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 Ticke! Hoi hoi hoi! Applaus für den super Film Club! Andreas von Röntgen! Eine Religion! Wir haben ja nicht Zeugen Jehovaser, wir haben ja Zeugen Kürter! Zeugen Kürter! Ja! Das ist, wenn ich nicht sagen, ein Teufelskreis, aber der Strudel, da kommst du immer tiefer rein! All wie tiefer! Die Heimat im Herzen lohnt's zu! Ich kann nicht mehr ohne dich! Davon las ich mich scheiden und gib mir auch was her! Kriege ich's halt? Ja, wir gehören jetzt zusammen, Marco! Du hast dich entschieden! Ja, ja! Ich bin verliebt in dir! Für mich ist alles stark! Danke! Die LaVisa! Sturfblattler in der Originalbesetzung!